Die Bruten sind bereit, meine Königin. Die Invasion von Augustgrad beginnt auf Deinen Befehl. Kerrigan, sieh was Du getan hast. Tausende tot und nur wegen Deinem Rachefeldzug. Ihr Blut klebt an Deinen Händen, Arcturus. Du hast das alles verursacht. Ja, ich habe schreckliche Dinge getan. Und ich würde es wieder tun, um die Menschheit vor Monstern wie Dir zu bewahren. Du benutzt Worte als Waffen. Aber Worte können Dich jetzt nicht mehr retten. Oh, ich habe andere Waffen. Ich wollte nur Lebewohl sagen, Kerrigan. Unsere vorgelagerten Bruten werden ausgelöscht. Italiener setzen einen Psi-Zerstörer ein. Er verletzt unsere Gedankenverbindung und reißt uns von innen heraus auseinander. Das Feld wird jeden Zerb, der es betriegt, schnell töten. Verstanden. Hört mir zu, ihr alle. Die Liga wird uns jeden Moment angreifen. Eine Ablenkung, um zu verhindern, dass wir uns um den Psi-Zerstörer kümmern. Ja, und wir werden sie glauben lassen, dass wir abgelenkt sind. Zagara, hier untersteht der Schwarm. Halte die Mitte. Stukov, decke ihre Flanken. Und Dehaka, Dein Moment ist gekommen. Dieser Apparat nutzt eure psionische Verbindung aus. Aber ich habe keine psionische Verbindung. Ich brauche sie nicht. Genau. Mach dein Rudel bereit. Stuhl-Batt. Schauen wir mal, was dein Psi-Zerstörer drauf hat, Mengsk. Der Schwarm wird auseinandergerissen werden. Wir müssen das Feld ausschalten. Die Hacker, das ist der Zentralverteiler des Psi-Zerstörers. Wir werden ihn deaktivieren. Für immer. Der Psi-Zerstörer erweitert mit Energiezentralen seine Reichweite. Wenn du sie ausschaltest, wird das Feld vorübergehend deaktiviert. Für mich stellt dieses Feld keine Gefahr nah. Ich werde die Energiezentrale zerstören. Sobald das Feld deaktiviert ist, werde ich mit dem Schwarm ihrer Verteidigung auseinandernehmen. Dann ist es an der Zeit zu handeln. Ich werde sammeln. Was ist das für eine Kreatur? Wachsam. Eine terranische Maschine verbirgt sich über mir. Ich werde sie zerstören. Ich würde... ...mir... ...mir... ушки... ...mir... ...en heb plupart... ...mirera... ...iir... ...mir... ...iir... ... ser... ...Viver... ...Eti... ...iir... ...mir... ...Ih... 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 Ich werde... Ich muss weiter mein Ruhgel versammeln. Wir werden zurückkehren, um die nächste Energiezentrale zu zerstören. Das Zerstörerfeld ist deaktiviert. Bereite deinen Schwarmcluster auf den Kampf vor. Der Psi-Zerstörer leitet Energie um. Das Feld wird bald wieder aktiviert werden. Halte mich über den Fortschritt auf dem laufenden Isha. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Liga. Los! Greift an, während das Feld inaktiv ist! Deine Königin lauscht! Ich werde Vergeltung üben! Wir brauchen mehr Mineralien! Wir brauchen mehr Mineralien! Dieser Planet gehört mir! Mineralien! Mineralien! Macht euren Frieden! Nein! Das Feld ist besta! Eure Königin wird angegriffen! Wir brauchen mehr Mineralien! Was du heute kannst besorgen? Ich bin der Sporn. Wir passen uns ab. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Wir brauchen. Ja? Eure Königin wird angegriffen. Ich bin der Schwarm. Mengsk wird leiden. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr... Wir brauchen mehr... Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte der Schwarmklasse wird angegriffen. Sprich! Wir brauchen mehr Mineralien. Es ist Zeit. Wir passen uns ab. Deine Königin lauscht. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Macht euren Frieden. Der Schwarm erobert alles. Der Schwarm erobert alles. Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Mutation abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Energiezunahme festgestellt. Das Zerstörerfeld wird bald wieder reaktiviert. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprich, was du heute kannst besorgen? Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Rückzug zum Schwarmcluster. Sprich, der Schwarm die Flügel Ich werde dir das machen. Kerrigan, nach dem heutigen Tag werden du und dein Schwarm nie wieder eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Der Hacker, das Feld ist wieder aktiv. Ich habe den Schwarm zurückgezogen. Jetzt ist es an dir. Mein Rudel ist bereit, die Energiezentrale zu zerstören. Der Schwarm-Cluster wird angegriffen. Ich... Dieser Apparat stinkt nach Feier und Tod. Ich sollte ihn zu mir ziehen. Der Schwarm-Cluster wird angegriffen. Ich werde facken. Und dann haben wir kommen. Machzahn. mehr Essenz. Aber immer so viel Essenz. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich werde sammeln. Ich werde ich verändern. Notation abgeschlossen. Ich folge. Ich werde mir Essenz besorgen. Enderum wird kommen. Essenz fließt. Ich folge. Alle Dinge ändern sich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wachsam. Mehr Essenz. Ich werde sammeln. der Schwammklass unserer Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Veränderung wird kommen. Wachsam. folge alle Dinge entspricht. Wachsam. So viel Essenz. Ich gehe die Evolution abgeschlossen. Mehr Essenz. Der Schwammcluster wird angegriffen. Ich werde mir Essenz beworben. Ich höre. meine Aufgabe ist abgeschlossen. Ich werde zurückkehren. Wir haben das Feld beseitigt. Greift an! Wachsam. 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 Sprich! Mutation abgeschlossen. Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben. Die Eroberung geht weiter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Lengsk wird leiden. Seine Königin lauscht. Ich werde Vergeltung üben. Ich schwamm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Lengsk wird leiden. Lengsk wird leiden. Deine Königin lauscht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich bin der Schwarm. Ich werde Vergeltung üben. Der Schwarm eroberte Hals. Die Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Dieser Planet gehört mir. Es ist Zeit. Was du heute kannst besorgen? Gewagt. Was ist es diesmal? Wir passen uns an. Macht alles gut. Abgeschlossen. Meine Königin. Das Feld des Psi-Zerstörers wird gleich reaktiviert. Ja. Der Schwarm erobert alles. Es ist Zeit. Wir passen uns an. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Ich bin der Schwarm. Zurück zum Schwarm-Cluster. Was du heute kannst. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Sprich. Ich werde Vergeltung. Wir werden eure Waffe erneut zerstören. Nur noch eine Energiezentrale. Zerstöre sie. Gerard. Wir werden eure Waffe erneut zerstören. Wir holen uns eure Energiezentrale. Die Zentrale. Mord. Dies ist eure Zeit. Sammelt ihre Essenz ein. Ich werde sammeln. Unsere Streitkräfte. Streitkräfte der Urzark treffen jetzt ein. Weiter alle in mir. Essenz fließt. Ich werde sammeln. mehr. mehr Essenz. Essenz fließt. Ich folge. Ich werde mich helfen. mehr Essenz. mehr Essenz. Ich höre. Zusätzliche Streitkräfte der Urzark treffen ein. Veränderung wird kommen. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich höre. Achtung! Der Schwarm kann den Energien des Zerstörerfelds nicht standhalten. Unsere Streitkräfte müssen sich zurückziehen. Verletzt muss Wunden heilen. Meine Aufgabe ist abgeschlossen. Ich werde zurückkehren. Das Feld des Psi-Zerstörers ist jetzt endgültig deaktiviert. Wir werden erst ruhen, wenn der Zerstörer vernichtet wurde. Angriff! Für den Schwarm! Ich werde Vergeltung üben. Was du heute kannst besorgen? Unsere Streitkräfte werden alle erlaubt. Die Energiezentralen wurden zerstört. Tötet die Terraner. Holt euch ihre Essenz. Alle Dinge ändern sich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Es ist Zeit. Der Schwarm erobert alles. Sprich! Ich werde sammeln. Ich werde Milch halbwein. Was ist es diesmal? Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Wir kennen keine Grenzen. Deine Königin lauscht. Ich bin der Schwarm. Ich werde die Menschheit vor dir schützen, Kerrigan. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde sie. Wir werden angegriffen. Verbrennt wird kommen. Ich werden... ...sprich! Deine Königin lauscht. Wir passen uns ab. Gewagt. Wir passen uns ab. Die Eroberung geht weiter. Ich werde... Wir haben es geschafft. Der Psi-Zerstörer wurde vernichtet. Zagawa, wie sieht's aus? Wir sind dabei, die Liga in den Palastbezirk zurückzudrängen. War das alles, was du zu bieten hast, Mengsk? Es war nicht gut genug. Die Liga in den Palastbezirk, der Sie um den Palastbezirk. In einer Stunde wird Arcturus Mengsk tot sein, oder ich. Sollte ich noch am Leben sein, werde ich aufbrechen, um Amon zu suchen. Den gefallenen Xel'Naga. Ein Wesen von unbekannter Macht. Wir haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Warum dann kämpfen? Weil die andere Option ist, sich hinzukauern und zu sterben. Nun, ich wollte nie an Altersschwäche sterben. Ein Kampf gegen einen Gott bis zum bitteren Ende klingt nach einem würdigen Tod. Ich bin auf deiner Seite. Spürst du es, Mengsk? All deine Pläne, deine Lügen und Manipulationen brechen um dich herum zusammen. Bald schon wird ich all der Schmerz treffen, den du verursacht hast.